Du musst mit dem Aufnehmen. Du kommst nicht aus. Nee. Seid. Gummispiefel oder also. Meine Gummispiefel habe ich schlauerweise im Auto. Immer dann, wenn ich sie freu ist. Jetzt kannst du gleich hochsteil nach Facebook. Du musst ein bisschen Mitleid haben. Da kommt ein ganz leicht von da rein. Keine Köpfe. Versteh Stunden. exchangeler. Na beim 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 beim. Vielen Dank.